Den ganzen Tag in so staubiger Umgebung? Hält das Gerät auf Dauer solche Bedingungen aus? Ja, unsere SIMATIC HMI Bediengeräte sind ausgelegt für den harten industriellen Einsatz und bieten Ihnen robuste Industriequalität. Robuste Industriequalität, du sagst es, zeigen wir das Ganze doch an einem Beispiel. Beispiel unser Mobile Panel. Dieses Gerät muss in unserem Werk, bevor es das Werk verlässt, zahlreiche Tests durchlaufen. Beispielsweise den Falltest. Sie sehen, getestete Qualität erfolgreich bestanden. Aber unterschiedliche Branchen haben unterschiedliche Anforderungen. Und somit haben Sie auch unterschiedliche Anforderungen an unsere Panels. Beispiel Nahrung- und Genussmittelindustrie. Hier werden Edelstahlgeräte benötigt. Unsere Lösung Inox-Geräte. Aber auch rundum geschlossene Geräte mit IP65 Schutzgrad. Beispielsweise die Pro-Geräte finden an jeder Maschine, egal ob an Tragarm oder auf Standfuß, ihren Platz. Aber auch für richtig extreme Bedingungen. Hitze, Sonneneinstrahlung, Staub, Kälte, Regen. Hierfür bieten wir auch eine Lösung. Die SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels. Und zudem sind unsere Geräte völlig wartungsfrei. Keine Lüfter, keine Batterien. Und das spart Ihnen Zeit beim Service und bei der Wartung. Und das spart Ihnen wahres Geld. Verstehe, ich muss mir also keine Sorgen um das Panel machen, egal wie viel es staubt.